5, 6, 7, 8, 9 Ist das zufällig alles? Gesicht Okay, verstehe So eine süße Nase Annehmen Ah, cool Aber da muss ich wahrscheinlich Da muss ich wahrscheinlich, aber Erstmal mir so ein Grundgesicht wahrscheinlich aussuchen Oh, 15 ist wahr Ja, was passt denn so Das ist wie zu krass Okay, das könnten jetzt acht Stunden dauern Das ist okay So Wangen So ein bisschen Richtig schön frisch Ah, jetzt Oh, die kann es sogar schief machen Ist das ja voll krass Man muss ja ein bisschen Du hast so ausgeprägte Wangenknochen Echt Danke Warte mal Seitlich Na, das ist zu krass Was finde ich für meine Nase zu groß Ein bisschen Warte mal, kann man den hier Ja, die Stirn mal ein bisschen hoch machen Das ist auch scheiße Mein schöner Mann Naja Wie sagt er Nein Nein Okay Hallo, schöner Mann Naja, so schön bist du jetzt auch nicht Kannst du echt jeden Scheiß hier runterziehen, war? So attraktiv Ach, guck, du kannst auch Ah, verstehe, verstehe Ich finde, das sieht ziemlich gut aus Was sieht das mal scheiße aus Das muss jetzt mal Irgendwie anders gemacht werden Hier Das machen wir Nein Du hast tolle Lippen, weißt du das? Ohren Also nicht schlecht Ich bin übrigens keine Frau Das werde ich nächstes Mal machen Wenn ich einen zweiten Durchlauf Oder halt ein zweites Spiel mache Wahrscheinlich gibt es noch da Irgend so einen Modi Der Der Wahrscheinlich Hardcore ist Ich habe keine Ahnung Wenn wir sehen Ob für so einen Hardcore Dings haben Oh Cool Was machen wir denn für Hardcore? Ja, das sieht Da sieht doch mal schon Gangs aus Nein 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 Das geht gar nicht Ja, obwohl Das ist auch Das ist auch schon geil Nein Nein Ja Das ist schon Oh, das ist gut Oh, Son Goku Son Goku Was gibt es denn hier noch für Hardcore? Oh, krass Jesus, könntest du auch machen Wie hat mir denn jetzt so gut gefallen? Obwohl ich die Hardcore-Dinger Ja, die hier Cooler finden werde Aber Aber Okay Ich denke die nehme ich Dann Annehme Farbe Tief Es gibt es kein braun Ach, da jetzt Jetzt habe ich es Platinblond Goldblond Dunkelblond Hellbraun Was ist denn Was ist denn Kühles braun Kühles braun Kühles braun ist gut Obwohl Sie hat auch Kühles braun Kühles braun Ja Dunkelbraun Ascheblond Haben sie nicht Das ist ja schade Hellbraun Kastanienbraun Ich nehme kühles braun Kühles braun Kühles braun ist okay Was gibt es hier noch Wahrscheinlich Bart Allgemein Ja Kann man den Kumpel Nein Kann man den Kumpel Kiefer Kieferhals Kennen Kennen Warte mal Nasenspitze Kürze drehen Das wollen wir aber nicht Dass es geschief ist Umfang Oh Oh Umfang Kannst du auch Nicht schlecht Also spitze Warte man Da gab es doch Komplett Umfang Kann man die auch Unterziehen Auch das sieht Das was scheiße aus Wollen wir zurück So Jetzt ist scheiße Das ist okay Boah die kannst du echt schieben Das haben die echt cool gemacht Muss man echt Ach es ist abbrechen gewesen Ja Nein Bisschen komisch da Ein bisschen zu gucken Was ich hier mache Nee Dicker nicht Mein attraktiver Mann Ach komm hör auf Das muss ein bisschen runter Ups Warte mal Nein 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 Das Ganze will ich ausführen So Was meinst du Schatz Schelme schön Oder Schön schelmisch Oh das Langsam wächst Äh Äh Kiefer Was ist mit Bart Jetzt ach da Bart Äh Was gibt es denn hier hinten Keins Entspannter Morgen Cooler Typ Machst du Kiefer? Playboy Was hat er denn da? Sieht ja voll alt aus ja Kaputer Rasierer Das ist doch mal nice Gangster Neun Booker Fails Alter was sind das für Bärte Hahaha So So sieht man dann wirklich aus Ja So funktioniert das Aber nee Das finde ich okay Und Harter Typ Ne Wo ich Kaputer Rasierer auch ziemlich geil finde Das sieht echt geil aus Aber nicht so hart Was zu Straßenschlägern Wenn schon ein bisschen Drei Tage Bart oder so Ist bestimmt okay Spannter Cooler Typ Ne Warte mal Gibt es hier keine So drei Tage Denken Das andere war ja Jetzt läuft der Hintergrund Diese geile Musik Ist immer noch die geile Musik Dann will ich das nehmen Stoppeln Sehr maskulin Läuft Was kann man ja noch machen Typ Richtig schön frisch Cool Ah Gertetet Feitig Ne Irgendwas Ist anders Aber was Gegerbt Farbe Form Es ist mit den Hals Was passiert da Ah Ja Ja Das ist okay Was meinst du Schatz Schön Schön Wahrscheinlich kann ich auch Zurück Ah Ja Extras Was ist das Achso Ach Da kannst du so Dinger dran machen Das ist mein kräftiger Mann Das kannst ja echt alles rein machen Makel Hm Das ist ja mal krass Das finde ich Langefleck Keine Narbe Aber Das ist ja echt nicht schlecht gemacht Schick Kautel Krass Ist das So Hals Alles Hier kommen So Nicht schlecht Kann man echt Geschlecht Jetzt bin ich dran Groß Ich will nur gucken was ich für gesichter haben Aha Okay Oh Der sieht voll bekifft aus ich muss die noch mal ein bisschen Ein bisschen Lass mich mal kurz da ran Bisschen mal ändern Ach das ist der Roboter Angry Birds Cola Schmeckt super gut Äh Bisschen die Körper Höppel Höppel Verste R Transportation Lass So 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 Vielen Dank.